Der Pico T3000E, ein moderner Doppeltaschenwagen in Gelenkbauart mit drei Drehgestellen, kommt als H0-Modell Kombiverkehr inklusive mit zwei Sattelaufliegern Ecol in den Verhandel. Das Modell ist ein Epoche 6 Fahrzeug und gibt den Betriebszustand ab 2013 wieder. Der Doppeltaschenwagen ist eine Neukonstruktion. Das Pico Classic Produkt T3000E SDGG MRSS 738 weist alle Merkmale eines hochpräzisen H0-Modells auf. Um eine hohe Stabilität neben ausgezeichneten Laufeigenschaften zu gewährleisten, ist der Rahmen in schwerer Metallausführung gefertigt. Das Modell des Doppeltaschenwagen wird mit zwei originalgetreuen LKW Sattelaufliegern Ecol geliefert. Das Pico Classic Modell ist feinst detailliert und macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Bedruckung ist markenlos, trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Die Doppeltaschenwagen sind für den universellen Transport von LKW Sattelaufliegern und oder für 40 Fuß bzw. 20 Fuß Container vorgesehen. Die Stützböcke und Taschen für die LKW Sattelauflieger sind vorbildgetreu angeordnet, sodass die Auflieger mit ihrer Frontseite zur jeweiligen Pufferseite des Wagens zeigen. Zum Transport von Containern sind umlegbare ISO-Aufsetztapfen an den Langträgeraußenseiten angebracht. Für den Transport von 40 Fuß Containern sind die Sattelaufliegerpfannen abnehmbar. Viele extra angesetzte Details wie Leitungen, Seilanker, das filigrane Überganggitter oder die umgelegten Rangierhandgriffe unterstreichen die hochwertige Ausführung des Modells. Die Drehgestelle sind feinst detailliert. Mit der originalgetreuen Nachbildung dieses attraktiven Taschenwagens wird Pico einmal mehr dem eigenen hohen Qualitätsanspruch bei der Realisierung besonderer Wagen für höchste Ansprüche gerecht. Schauen wir uns kurz die Funktionalität dieses Taschenwagens an. Zunächst die Beladung mit Sattelaufliegern. Am Sattelauflieger befindet sich der sogenannte Königszapfen. Dieser muss beim Beladen wie beim Original mit dem Stützbock physisch verbunden werden. Der Sattelauflieger wird mit der Frontseite in Richtung Puffer positioniert. Anschließend den Königszapfen in den Stützbock einrasten. Fertig! In der nächsten Beladungsvariante soll ein 40 Fuß Container transportiert werden. Dazu muss der gesteckte Stützbock entfernt werden. Ein Kinderspiel. Jetzt ist der Wagen für die Aufnahme des Containers vorbereitet. Die an der Unterseite des Containers befindlichen Zapfen müssen nur noch in die vorgesehenen Aufnahmepunkte gesetzt werden. Für den Transport der 20 Fuß Container müssen die beweglichen ISO Aufsatzzapfen wie beim Original umgeklappt werden. Jetzt ist der Wagen für den Transport der Container vorbereitet. Anschließend muss der Container nur noch in die dafür vorgesehenen Aufnahmepunkte eingesetzt werden. Das technisch durchdachte Modell des Doppeltaschenwagens T3000E mit sehr hohem Spielwert, vielen Details und hervorragenden Rolleigenschaften zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis stellt eine optisch ansprechende Bereicherung des heimischen Güterwagenparks dar und darf auf Anlagen nach modernem Vorbild nicht fehlen. Die modernen Taschenwagen T3000E SDGG MRSS 738 bieten den Modelleisenbahnern vorbildgetreue Einsatzmöglichkeiten für den Transport von Sattelanhängern und Großcontainern in Ganzzügen. Die StandardsrateCMIC goingités Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020